Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StanoGaming Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausgefahr Wir fahren Richtung Warnenuntergang Unser Ziel ist das Fremden vor dem Empfang Und heute kaufen wir uns das Haus einer wechselhaften Frau Ähm, 71 Quadratmeter, eine Etage, drei Räume Wird wenig, wenn ich mal das so sagen darf Das Haus wurde von kurzem erworben Ich möchte es verkaufen, da ich meine Meinung geändert habe Und nun mein altes Haus zurückhaben möchte Eigentlich weiß ich nichts über dieses Haus Aber es sieht gut aus 100.000 Euro, rein da Also es ist wirklich sehr teuer, ne? Für drei Räume nur? 100.000 Euro? Obwohl 100.000 sind es für ein Haus glaube ich doch nicht viel, ne? Ha, für eine Wohnung, ja Aber, mal sehen So Also, dass es so lange lädt, ist echt kacke, ne? Warte, es wird Zeit für einen neuen PC, sag ich Ja, der kommt bald Ich trinke kurz was Ui, ich bin schon da Oh, jetzt hab ich den Deckel abgemacht So Morgen ist ja schon wieder Freitag Für euch ist es heute Freitag Für mich ist aber heute noch Donnerstag So Jetzt gehen wir rein In die gute Stube Dann sehe ich nur so wenige Räume, ne? Aha Vielleicht machen wir ja auch heute zwei Häuser Wenn das so kurz geht, dann auf jeden Fall Hier ist ein Abstelleraum So Hallo Bitte So Fenster reinigen Ja Machen wir auch Mal den Stärrum hier Tag Okay, so Wohnzimmer Sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall Und dreckig Oh, hier sind Kaukerlaken Die machen wir aber, glaube ich, weg Nicht flüchteln Okay, so Jetzt sind sie weg Gut, dann machen wir ja auch Über einmal die Fenster Sauber So Aber so ein Haus zu haben Ist eigentlich ganz geil, ne? Drei Zimmer Wohnung Äh Drei Zimmer, meine ich Hat das Ding Perfekt So Sag Bam, bam Sag So, wir haben jetzt alle Zimmer Äh Alle Fenster, Junge Warum sag ich denn mal Zimmer? So, jetzt brauchen wir eine Heizung Heizung Ey Heizung So Perfekt Ach, hier sind die ganzen Zimmer, oder was? Ui Einmal kann der sogar raus Geil Warum sind hier Warum ist hier gar nichts drin? Hier ist auch irgendwie dreckig Sind irgendwo noch mehr Kakerlaken So Kommen wir hier auch mal kurz eine Heizung hin So Sag Dann reinigen wir hier mal wieder die Fenster Und ihr könntet euch vorstellen, diesen Job zu machen Also es macht ja eigentlich im Prinzip Bock So Fenster sauber machen Ein bisschen saugen Wie ist das? Ananas Ah, hier sind die überall eigentlich Kakerlaken Jetzt mal ehrlich So Das war's ja auch mit dem Zimmer hier Ah, hier ist einfach gar nichts Okay Auch nicht schlecht So, jetzt müssen wir hier mal raus So Und in den hier rein Warum sind hier überall keine Heizungen drin? Wie leben die denn hier ohne Heizung? Äh Wischmob, komm her Irgendwie ist das so ein bisschen verpackt hier Hier, seht ihr es? Das ist hier ein bisschen verpackt Ne Hallo Danke Ich weiß auch nicht, warum das so verpackt ist Aber egal Ähm Dann gehen wir mal wieder Ah, nee Fenster Wenn es so Und zwar dürfen wir natürlich nicht fehlen, ne So Und so Jetzt aber hier rein Jo Wie soll ich die denn da jetzt wegkriegen? Ah, die eine Krabbel, da hat er jetzt noch rum Ich bin da Waschmaschine Da kommen die Platze hier auch noch So Da kommen wir auch noch eine Waschmaschine Wasch Waschmaschine 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 Hallo Bitte Danke Ja, ich muss das aufdrehen Sorry So, darf ich die jetzt bitte bauen? So Dann bauen wir die mal jetzt Zack 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 Dann haben wir wieder rein So Das auch wieder rein So So Bam Gut Jetzt haben wir alle drei Zimmer schon, ne Weil hier ist die eben noch dreckig Ah, das Zimmer haben wir nicht gemacht So Hey, hier kann man die aber viel geiler weghauen, ne So So Ah, das ist noch gar, das war Wegen der einzigen Kakerlack hat er jetzt rum gemeckert Egal Egal Perfekt Ich glaube wir haben das soweit ja alles fertig jetzt, ne Das Ja, da sind alle Räume fertig Wir können das Haus schon direkt verkaufen Für die Tür Wo ist denn hier die Eingangstür? So, wir müssen ja erstmal hier wieder durch So, jetzt Raus aus dem Haus Und Verkaufen wir Jo Wir haben 100.000 Euro dafür bezahlt Und Mal gucken, wie viel Geboten kriegen Das muss natürlich schon deutlich mehr als 100.000 sein 104.000 ist das Ja gut, 4.000 mehr, ne Wow Äh, verhandeln Aber auf jeden Fall nochmal 5.000 mehr In Ordnung Wir sind mit deinem Vorschlag einverstanden 9.000 machen wir jetzt bloß Nehmen wir an So Wir sind jetzt reicher Und Haus überneigt sich auch immer Langsam zum Ende zu Ich glaube es sind jetzt nur noch so 15 Folgen Die jetzt kommen werden Oder 14 glaube ich Und dann Ähm Hab ich das Spiel komplett durchgespielt Dann kann man nichts mehr kaufen Geht nicht mehr Ich könnte jetzt nochmal alle DLCs kaufen Das will ich glaube ich auch machen Aber nicht mehr Ähm Ja Also Nicht mehr mit diesem PC Den ich jetzt ab Sagen wir so Und Ähm Mal gucken, wann ich mir dann halt Den neuen hol Der wird wahrscheinlich In einem Jahr geholt Ja Mal gucken Ne Ich denke also Ich denke mal so In einem Jahr Also nächstes Jahr Irgendwann Werde ich mir den wahrscheinlich holen Ähm Aber mal gucken Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne ein Like Ein Abo Und ein Kommentar da Schaut außerdem auf meinem Disco-Server vorbei Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Aktivide ich auch Damit ihr kein Video mehr verpasst Ab dem Traumhafen Tag Haut rein Leute Euer Zando Ciao Ciao Kommt, wir fahren Richtungswannenuntergang Ja Unser Ziel Ist das Irgendwo Irgendwann Holam, spät, die pinkes Wasserreis In mein Maus und blaue Butterfleisch Doch die Wolken Kann uns heute sein Hat immer eigentlich Ein Wasserstein Das ist das Das ist das Das Ja Das ist das λα Nicht Wir Nicht Wir Wir Sch 2 0 ich 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 Musge etwas Wir Sch Nicht Wir 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 Sch Sch J Nas Untertitelung. BR 2018